Willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Ihr wollt das Ziffernblatt ändern auf eurer Huawei Watch GT 3? Gar kein Problem, es gibt unendlich viele Ziffernblätter zur Auswahl und ihr könnt sie natürlich auch individuell anpassen. Wie das alles genau funktioniert, das zeigt euch Nina in diesem Video. Viel Spaß! Hallo, ich bin Nina und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr bei eurer Huawei Watch GT 3 einmal das Watch Face ändern könnt. Also hier sozusagen, wie ihr das Ziffernblatt hier anpassen und verändern könnt. Ihr seht, momentan haben wir jetzt hier dieses Voreingestellte in unserem Fall noch, aber ihr habt da eben wirklich eine Menge anderer Möglichkeiten. Und wir schauen uns das jetzt als erstes mal hier an der Watch selbst an. Wenn wir hier länger auf das Ziffernblatt halten, dann haben wir die Möglichkeit, hier schon andere vorinstallierte, Designs auszuwählen. Wir sehen jetzt hier wirklich viele verschiedene, die haben unterschiedliche Anzeigen, sind farblich anders dargestellt. Das heißt, da könnt ihr wirklich frei auswählen. Und ihr habt vielleicht gesehen, hier unter diesem zum Beispiel sehen wir dann auch noch ein kleines Einstellungssymbol. Und das sind dann eben immer Ziffernblatt-Designs, bei denen ihr die Möglichkeit habt, noch eben genau einzustellen, was in welchem Bereich vom Ziffernblatt angezeigt werden soll. Das heißt, das brauchen wir jetzt hier vielleicht erst mal nicht, aber wir sehen hier eben, dass es hier einige gibt, wo wir dann die Möglichkeit haben, eben genau zu bestimmen, was soll in welchem Kreis oder an welcher Stelle angezeigt werden. Zum Beispiel auch hier, wenn wir das jetzt im Moment erst mal auswählen, dann sehen wir zum Beispiel, hier würden wir die Schrittanzahl sehen. Wir haben hier den Zugriff auf die Musik und noch eine andere Uhrzeit können wir hier einstellen. Und dann hätten wir jetzt aber hier bei diesem Design eben die Möglichkeit, auch zu ändern, was uns hier zum Teil wo angezeigt wird. Das heißt, wir würden dann auch hier wieder länger auswählen und einmal auf das Einstellungszeichen gehen. Und dann könnten wir jetzt hier zum Beispiel das einmal auswählen und können dann sagen, welche Funktion uns da angezeigt werden soll. Also könnten wir zum Beispiel auch sagen Akku. Und dann wird uns ab sofort an dieser Stelle der Akku angezeigt. Gleiches gilt hier für Musik. Vielleicht braucht ihr das hier nicht. Und dann könntet ihr auch da sagen, beispielsweise die Hauttemperatur soll da angezeigt werden. Und so könnt ihr das dann eben individuell einstellen und dann jederzeit natürlich auch wieder anpassen. Und so hätten wir jetzt also auch schon einmal erfolgreich unser Zifferblatt geändert. Es gibt aber wie gesagt auch noch eine Möglichkeit, das Ganze direkt über die App zu machen. Und zwar sind wir hier jetzt wieder in unserer Huawei Health App. Das Ganze ist ja bereits gekoppelt und verbunden. Und dann haben wir eben auch hier einmal den Punkt Watch Faces. Und hier sehen wir dann, einige werden uns auch schon angezeigt. Zum Beispiel kann ich jetzt hier auf Modern tippen. Und dann wird mir das auch hier nochmal angezeigt. Und ich könnte jetzt einfach sagen als Standard festlegen. Und im selben Moment ändert sich dann hier auch wieder das Zifferblatt bei meiner Huawei Watch. Und wir sehen aber auch, es gibt hier wirklich noch sehr, sehr viele Zifferblätter. Das heißt, hier könnt ihr euch einfach mal durchscrollen und mal schauen, was euch so gefällt. Einige kosten ein bisschen was. Ihr werdet aber auch noch zahlreiche kostenlose finden. Wir sehen hier auch wirklich ganz verschiedene Farben, ganz verschiedene Themen. Je nachdem, was euch eben zum Beispiel anspricht. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier nochmal eins auswählen. Zum Beispiel gefällt mir das hier eigentlich ganz gut. Ich kann mir das dann hier nochmal anschauen. Sehe jetzt auch, das ist kostenlos. Und dann kann ich hier unten einfach sagen installieren. Das Ganze wird dann heruntergeladen. Und ändert sich dann auch hier sofort wieder bei meiner Watch. Und wir sehen jetzt auch hier, haben wir wieder verschiedene Anzeigen. Zum Beispiel Batterie, das Wetter. Wir sehen Schritte und Kalorien, die Uhrzeit. Das heißt, das ist auch wirklich praktisch. Aber natürlich könnt ihr auch hier wieder einfach einmal länger draufhalten. Und habt dann auch die Möglichkeit, hier diese Bereiche noch wieder individuell anzupassen. Ja, das war es dann eigentlich auch schon zum Thema Watchface ändern bei der Huawei Watch GT3. Ihr könnt wirklich jederzeit zwischen den unterschiedlichen Designs frei hin und her wechseln. Und eben schauen, was gefällt euch am besten oder was ist gerade am praktischsten für euch. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns die auch gerne jederzeit in die Kommentare. Und abonniert den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!